Blicken wir an diesem Dienstagmorgen auf die aktuell vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Corona-Zahlen für Deutschland. Das RKI verzeichnet seit gestern 3.883 Neuinfektionen. Das sind 27 mehr als am vergangenen Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist von 61 auf 60,5 leicht gesunken. Die Zahl der gemeldeten Toten, sie liegt bei 415. 5.068.829 Impfdosen wurden bislang verabreicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017